Es ist was Schlechtes passiert uns ja. Also Sega fragt mich nicht mal nach dem Update. Also davor hat Sega immer so gefragt so, ja möchtest du jetzt Software oder so ein Update kriegen? Jetzt fragt mich aber das Spiel nicht mehr, ob ich das möchte. Also kann das jetzt auch nicht mehr kommen. Ich habe auch überall jetzt gerade geguckt nach Hinweisen. Sorry. Und ja es tut mir halt einfach nur leid. Und dass es halt jetzt nicht durchkommt. Aber dafür kann mir jetzt Mario ordentlich sehen. Also bis dann. Ciao.